Ich bin mit Fahrrad groß geworden. In meiner Zeit, als ich in den 60er Jahren zur Welt kam, da fuhr alles Fahrrad oder ging auf den Bus. Auto war minimals. Also ich lebe das Fahrrad. Ich stehe nicht im Stau in der Stadt. Ich bin flexibel und bin viel öfter unterwegs, weil die Überlegung mit dem Auto zu fahren bremst eher ab. Also ich mache mehr Dinge, weil ich das Fahrrad habe. Die Lieblingsstrecke ist oben von der HFG, da wohne ich, runter, hinten diesen Weg am Kuhberg vorbei, runter zur Donau und dann in mein Büro am Judenhof.